Herzlich willkommen zum Technikbild Schritt im Ausdauerlauf. Der Blick ist nach vorne in die Ferne gerichtet. Der Rumpf ist aufgerichtet und hat leichte Vorlage. Das Bein, welches nach vorne geholt wird, wird nur leicht angehoben. Die wechselseitigen und gegengleichen Armschwünge kommen aus dem Schultergelenk. Der Fußaufsatz passiert über die Ferse, etwa unter dem Kniegelenk. Becken und Hüfte sind stabil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017